warte ich glaube ich hab was ich hab was was dann komm mit ich komme hallo herzlich willkommen zurück zu let's battle mit mir dem tobra und der liebevollen kartoffel das klang so richtig behindert und sah wahrscheinlich auch richtig behindert aus so ja wir haben festgestellt dass wir mittlerweile ich habe schon mal schummeln und die mini maps so an machen so dass wir die tiere sehen nein sonst nie wieder bei dem let's betteln wobei ich ja nicht mal weiß ob ich noch mal mitmachen darf da denn schaffe ja toll die bringen uns gar nichts und wahrscheinlich ist auch der world border lass mal wieder richtung mitte gehen okay du faggot du faggot du faggot spieler vergessen du faggotten vergott spieler der dreck hier sieht aber komisch aus ja da war ja auch deine mutter drauf hat dein schnauze okay jetzt haben wir schon wieder hunger und haben finden dann wieder nichts zu essen deswegen ich chille ein bisschen du bist schon mal der der sich 1 oder es 2 2 3 das eine blume obwohl kommt da eigentlich was weißes bei raus ja nein das ist vielleicht grau weiß gesagt kannst du den ofen mal hinstellen in 3 2 1 0 okay das war richtig gut bei mir war ist das genau gleichzeitig passiert ja da siehst du mal ich hab's drauf wir können noch ein bisschen nach links und rechts gehen so und zu gucken ob hier noch irgendwas ist wenn ihr ein oder zwei chickens sind sind da bestimmt auch drei oder vier ich weiß nicht wie weit können wir denn jetzt gucken eigentlich ich glaube bei tieren nicht so weit spielt ihre tiere ist mir jog aber weil wenn du jetzt über den berg zum beispiel über den berg luschan 50 blöcke irgendwie sowas hat um sie wollen stellte ein 50 blöcke spieler und tiere lässt einfach so wie bisher keine blöcke spieler ist aber ein bisschen wenig ich glaube es war so vorher ich habe keine ahnung ich schicke deine mutter ich will immer nur aufnehmen ich denke mir so brudi rapper a capalla mit der handykamera ich habe rotten flash gegessen statt zweimal die zwei ich sorry ich wusste ich wusste nicht wie man den bogen wieder entspannt einfach wechseln ach so ich bin nicht vergiftet nein bin ich vergiftet bin ich vergiftet bin ich vergiftet nein hier kriegst einen stein wieder toll gut ich weiß nicht ob wir kämpfen sollten wenn wir nicht uns nicht sicher sind darüber können wir jetzt mal reden ob wir sicher sind ob wir nicht sicher sind dass wir hundertprozentig gewinnen wir kommen langsam der mitte näher ich würde ein bisschen sneaken jetzt wenn du wenn wir auf einer offenen fläche offenen fläche hier sind ja also ich bin ich weiß nicht ich bin mir da nicht so sicher weil ich sehe das alles recht kritisch nein ich muss was umstellen okay es ist voll behindert mit dem sneaken und irgendwo runtergehen nein warum ja weil das die alttaste ist und ich hab's aufschrift aufschrift habe ich sprinnt lass dich nicht wieder von hinten so weit angucken wo bist du hinter dir ich sneak hier mann ich hab so panik dass wir die auch den auf einmal über den weg laufen wir hätten nicht unsere basis verlassen dürfen toll hätten sie unsere basis abgepasst sehr geil ich denke mal wir kommen jetzt halt genau aus der richtung in die domse und janik am anfang gelaufen sind und wenn die keine ahnung jetzt irgendwo da sind ich glaube nicht dass die hier wieder zurück hin zurücklaufen werden 460 meter ist unser zuhause entfernt kommt kommt man ich habe mal angst dass das irgendwelche spieler sind aber sind ja nur hässliche huren und scharfe das ist doch schwachsinn wo sind die denn ja wir wollten doch klären ob wir uns überhaupt sicher sind ja wir haben zwei wir haben zwei waffen mit genug magazin wenn wir auf dem weg noch ein spreng schießpulver finden dann können wir auch für die ding und sind für die panzer faust sparen gleich ja ich bin mir nicht so sicher man weiß nicht die sind halt voll entscheidet und man ja aber wenn wir auf distanz die waffen nutzen dann haben wir auch dann ist es ja eigentlich recht in ordnung ja probieren muss halt also die werden im nahkampf auf jeden fall im vorteil haben da bin ich mir sicher kann man doch denken dass ich der erste bin aus unserem team der stirbt das glaube ich auch außer die holen mich aus dem hinterhalt kommen wir nach ganz oben hier ja ich bin auf dem weg wo hier oben ist richtig gute aussicht mein freund wo schon der spawn immer geradeaus in die richtung richtung westen würde auf der minimap stehen hast du die eigentlich rund oder viereckig jetzt mittlerweile rund ja ich fand sie ich finde sie rund auch schöner schmidt dann auch aufgefangen nach der zehnten folge ja okay gut hier ist niemand und essen sehe ich auch nicht wirklich okay nein wir gehen hier runter meine nase juckt meine nase juckt meine nase juckt ich meine es ist schon irgendwie jetzt mal angebracht in den kampf zu gehen aber man will halt auch kein leben verlieren das ist halt ja ich weiß was du meinst natürlich so du hast war ich man ich weiß nicht ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte keine ahnung da ist auf jeden fall da wo wir domse getroffen haben wir hatten auch vielleicht domse space gefunden wenn wir weiter in die richtung gelaufen sind wollen wir das vielleicht versuchen und deren base ausräumen dann müssen wir noch in die richtung weiter laufen dann das finde ich das dann ist weil die da sie in der mitte waren und auf suche sind denke ich ist es relativ unwahrscheinlich dass sie uns treffen wir werden sehen verzeigts dein leben wieder da oben lauf ruhig ich habe gerade irgendwie keine angst aber gleich ist wieder nacht dann kriegen wir viel roten fresh und so jetzt keine checkungs mehr ich bin jetzt wieder auto auto out of food out of kfc mann ma bro du kannst nicht so gut klettern ne klein bing is not your in your sport halt die schnauze ich bin gerade viermal habe ich versucht irgendwo hoch zu springen und bin runter gefallen ja das machst du gut während ich kämpfe hier oben schon währenddessen ja ja du bist überhaupt oben hier wo oben ja da wo du nicht hochkommst da ich bin noch da hallo hinter dir siehst du ich hatte gefunden so wenn es dunkel ist können wir wenigstens wieder schießpulver finden da ist eine spinne schon das erste man so da ist ein zombie ich hole uns mal das fleisch gut habs kommst du ja ich gucke nur so ein bisschen rum ach so ok ich meine hier sind hier sind auf dieser welt sind zwei millionen schafe aber nur drei schweine und vier kühe und drei checken baby zombie ja ich weiß habe ich schon gesehen stirb du hund also wenn wir natürlich jetzt dom the space finden würden ohne dass diese wüssten das wäre hammer das wäre brutal ich wollte gerade sagen da leuchtet es aber das ist das ist lava warte ich mach mal kurz die map groß ich glaube ich weiß wo die sind drück mal x siehst du siehst du rechts diesen zipfel mit schnee bedeckt von den bergen ich glaube dazwischen sind die mensch da ist da bei dem da wo der see auch ist ja genau das klingt für mich am logischsten dann gehen wir doch da mal hin wenn da nicht der wort der wort hat world border schon anfängt na gut vielleicht haben die sich auch direkt an den world border gebaut und da unten ist ein creeper wenn wir gleich runter gehen holen wir nehmen mit da haben wir domse getroffen da ist mein waypoint dahinter das könnte gut angehen dass die jetzt zwischen irgendwo sind ich glaube dass sogar runter gehen wieder langsam passt auf das nicht dass wir hier runterfällt ziemlich steil steil ich habe steil gesagt da bin ich ganz froh dass ich diesen optifine wort hat man habe ich auch ja aber mit dem zoom ist episch also die müssen das wäre das logischste das wäre hier die finde ich die beste basis wenn die wenn man in deren richtung gegangen wäre weißt du alles gelät na das ist auch ein zombie ich will immer dass die karte mit x weg drücken ich schnapp mir den zombie ja wo das selber hat gerade geleckt habe ich auch gemerkt okay ja du kommst du kriegst dir gleich mal fünf auf die fresse wenn du ein zombie angreifst was bist du für ein lächerlicher anfänger tut mir leid du hast mich ausgewählt da unten ist ein skelett ein schaf die müssen doch hier irgendwo sein komm ich geh jetzt dahin bis auf dahin bis auf bis ich an world border komme jetzt sollte ich das rottete fleisch essen ich bin vergiftet wer hätte es gedacht er wurde dann ist ich das auch mal kurz wenn wir die basis von den finden würden das episch. Das wäre epic. Hallo, Tom. Ich brauche ein Skelett, aber ich glaube, ich bin immer davon. Also auf der Minimap merke ich halt, sehe ich halt auch nichts, was irgendwie gebaut ist oder so, weißt du? Aber das ist ja auch der Sinn, dass man das auf der Minimap nicht sieht. Jetzt wird's langsam wieder knapp mit Essie, ne? Fressie, fressie. Jo, schon ein bisschen. Ah, abfuck, abfuck. Ach, ich weiß auch nicht. Shitfuck, 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 shitfuck. Was denn? Nichts. Mich nervt das mit dem Essen so extrem. Echt? Ja, also es ist echt extrem nervig. Oh, mich nicht so. Doch, wenn ich nicht volle Leiste habe mit Essen-Dinger. Ja, klar, schau, scheiße. Dann nervt mich das. Ja, genau. Kletter da hoch. Das ist Lava, ne? Ja. Scheiße. Alter, guck mal, wie viele Schafe hier sind. Das wäre so viel Fleisch, ne? Ohne Witz. Achtung, Skelett. Boah. Hab's. Hinter dir Schafe. Oh Gott. Alter, wenn du die alle schlachtest, kriegst du ja voll die Erfahrung. Ja, aber ich habe schon 31 Level. Das Ding ist, ich will Fleisch haben. Es bringt mir diese Kackpisswolle. Guck mal hier, da. Kann's haben. Warum leuchtet das hier? Da unten ist Lava. Was machst du? Ich wollte grad drüberspringen und in der Luft hat mich ein Skelett getroffen und ich bin fast in die Lava gefallen. Diggi, komm her. Komm her rüber. Achtung, es kommt. Oh ja. Thomas hat wieder den Bug. Ich hab's, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Ich seh's, ja. Ich hab was, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Die waren hier. Die waren hier. Auf jeden Fall. Deren Base ist irgendwo in dem Waldgebiet. Das schwöre ich dir. Okay. Kein Pianic. Wir sind näher dran als hier zuvor. Okay. Siehst du das schwarze? Was ist das schwarze? Auf der Minimab meinst du? Ja, wenn du X drückst, unten. Das ist unterhalb von dem See. Ja, genau. Was ist das? Hinlaufen. Hier waren die. Die waren hier überall. Die sind hier schon öfter gewesen. Die sind hier nicht einmal gewesen, nur. Ja, dann lass mal kicken, ne? Ja, lass mal kicken, was die so maken, ne? Vergiss aber nicht, den Kürbis aufzusetzen, ne? Die Schnauze. Den setze ich garantiert nicht auf. Hast du den eigentlich schon weggeworfen? Ähm, nee, ich hab noch fünf Stück. Daraus kann man Kürbiskuchen machen, aber wir haben keine Hühnchen, ne? Hat sich eh erledigt. Hier haben die auch einen Baum abgebaut. Also, die waren hier länger. Die waren hier länger. Achso, da ist diese schwarze Fläche. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Man ist schneller an den Sachen ran, als man denkt. Hier ist Obsidian und die haben hier was abgebaut. Was zur Hölle? Die waren in der Hölle? Also, was zur Hölle? Die waren in der Hölle? Ja, ja. Warte, ich glaub, ich hab was. Ich hab was. Was denn? Komm mit. Ich komme. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nix, 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 nix. Hab sie gefunden. Siehst du das? Mhm. Ich hab sie gefunden. Oh yeah, bitch, please. Die sind nicht hier, sonst würden die... Ach du Scheiße. Folgenende. Das ist das spannendste Folgenende, was wir je hatten, aber ohne Essen. Das wird knapp. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Okay, komm hier mit in die Ecke. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Da kommt ein Skelett. Ah, logg dich aus. Einfach ausloggen. Ausconnect. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.